Willkommen zu Teil 3 von Randall's Monday. Bevor wir starten, eine kurze Sache und zwar, ich habe mit den Sound-Regelungen in den letzten beiden Teilen schon so ein bisschen rumgespielt. Im ersten Teil waren meines Erachtens die Hintergrundgeräusche sehr unangenehm, gerade was in der Bar betrifft, das ganze Rumgetränke. Dementsprechend habe ich das runtergeregelt, dann fand ich den Sound im Apartment wiederum zu laut, habe ich das wieder runtergeregelt und dann im nächsten Teil fand ich es dann wiederum, also Teil 2 so gesehen, dass sich das doch ein bisschen zu leise war, weil so gewisse Hintergrundgeräusche gerade in der U-Bahn waren zum Beispiel weniger zu hören. Also habe ich das alles wieder ein bisschen hochgedreht und hoffe, dass es jetzt so ein bisschen besser ist. Okay, zum Spiel. Wir sind bei Amazon Express, das ist der Ort, wo wir arbeiten. Bevor wir aber da reinrennen, gucken wir uns den Fremden an. Wir wissen, wir brauchen gar nicht mit dem reden, denn er redet nicht mit Fremden. Er sieht irgendwie weggetreten aus. Ich denke, er sieht aus wie du. So, Bank. Scheiß Bank. Okay. Ein Geldautomat. Kann ich nichts mit anfangen. Oh, hier ist noch so einiges mehr. Wir haben hier noch einen Porn-Shop. Wir könnten hingehen und... Ich glaube, da ist was drin. Oh. Mal sehen, was hinter der geheimnisvollen Schachtel 3 zu finden ist. Oh. Eine eklige, vergammelte Zitrone. Na super. Und er nimmt sie trotzdem mit. Wir könnten theoretisch hingehen und den Ring verscherbeln, um an Geld zu kommen, um so die Miete zu zahlen, denn das ist irgendwie immer noch so ein bisschen unsere Aufgabe. Geht es irgendwie noch weiter? Ja, hier geht es noch um einiges weiter. Aber da hinten geht er jetzt dann nicht hin. Wenn ich da hinklicke, rennt er wieder zurück. Will ich hier rein? Wir müssten eigentlich zur Arbeit. Ich gehe hier rein. Ich gehe hier rein. Oha. Ein... Okay. Ein Dieb. Der Typ sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Guten Morgen. Ich hätte da eine Frage. Hm, du siehst verdächtig aus. Du siehst verdächtig aus. Und würdest du gar nicht tot aussehen? Verpiss dich. Oh, der klingt aber relativ sympathisch. Eine Dose Mercury-Cola. Ist das Zeug nicht aus Sicherheitsgründen aus dem Verkehr gezogen worden? Ja, also wir brauchen eigentlich kaum hingehen und diesen Dings verscherbeln, denn das riecht schon danach, als würde ich das ganz einfach klauen. Morgen. Was willst du? Hast du eine von Groucho Marx signierte Konsole? Ich habe die letzte vor zwei Minuten verkauft. Warte mal. Bist du nicht der Kurier von Amazon Express? Wie nicht das? Nicht, dass es mich interessiert oder so. Aber solltest du nicht bei der Arbeit sein? Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das sein sollte, ja? Äh, ich mache gerade eine Kippenpause. Klar, ich bin hier, um mein Paket abzuholen. Ja, ich wollte das auch gerade. Klar, ich bin hier, um ein Päckchen abzuholen. Hier? Glaube ich weniger. Okay, gehen wir zur Arbeit. Ähm, das ist vielleicht ein Schritt zu früh. Nicht gegen die Wand laufen. Na, sieh einer an. Mein Star-Angestellter. Meine rechte Hand. Mein Glücksbringer, der gerne mal untertaucht. Ich frage mich manchmal, wann wird er uns wohl wieder mit seiner Anwesenheit beehren? Wow, danke, Mr. Amazon. Ich hätte mich schon immer für eine Geheimwaffe. Ihr persönlicher Linie oder sowas. War das Sarkasmus, weil das wäre irgendwie unhöflich. Oh, bitte. Nicht das schon wieder. Sie sind sauer, weil ich dauernd zu spät dran bin. Das verstehe ich. Aber das liegt an meinen Orientierungsschwierigkeiten. Schließlich dachte ich, hier wäre der vorgeladen meines nordvietnamesischen Kumpels. Och, bitte. Nicht das schon wieder. Sie sind sauer, weil ich dauernd zu spät dran bin. Das verstehe ich. Aber das liegt an meinen Orientierungsschwierigkeiten. Eigentlich dachte ich, das hier wäre der vorgeladen meines nordvietnamesischen Kumpels. Schluss mit dem Scheißhex. Sogar meine heißgeliebte Ex-Frau würde hier einen besseren Job machen als du. Wir wissen beide, dass dein Arsch um Pomp 9 hier zu sein hat. Und jetzt ist es Mittag. Das Päckchen hier hätte schon vor Stunden zur jährlichen Koala-Convention geliefert werden sollen. Und bis jetzt war ich wirklich mehr als geduldig, was dich angeht. Das stimmt wohl. Aber wenn Sie noch etwas mehr von Ihrer Geduld übrig haben, überrasche ich Sie vielleicht. Dieser Kerl zum Beispiel, das ist Hong. Na? Überrascht? Hong wer? Wer zur Hölle ist Hong? Was für ein Hong? Mein asiatischer Kumpel. Der Typ aus dem Vogelladen. Sehen Sie, ich habe ihm mein Diensthandy gegeben und im Gegenzug habe ich ein Käfig voll Tauben bekommen. Die habe ich dann für eine Slow-Mo-Action-Szene gleich bei mir um die Ecke benutzt. Halt die Klappe! Bitte! Schreien Sie mich nicht so an. Mein Vermieter hat das auch schon gemacht. Und ich habe einen Mordskater. Oh, wo wir gerade davon reden. Ich brauche einen Vorschuss. Ist das dein Ernst? Ich glaube es ja nicht. Im Ernst? Oh. Habe ich nicht mein, ich meine es ernst Gesicht gemacht? Es tut mir leid. Oh, wo soll ich anfangen? Weißt du noch, wie ich dir den Schlüssel gegeben habe, damit du Freitagabend den Laden dicht machst? Natürlich, ich bin ein guter Angestellter. Und jetzt sind Sie damit dran, mich zu überraschen. Natürlich, ich bin ein guter Angestellter. Wenn du das wärst, wärst du um neun hier gewesen, um den Laden aufzumachen. Gottverdammt, Hicks, das ist der einzige Schlüssel. Es ist mein Schlüssel. Und ich habe ihn dir anvertraut, obwohl du ständig Bürosachen geklaut hast. Das liegt daran, dass ich an Kleptomanie leide. Und ganz ehrlich, das hat nichts mit der gegenwärtigen Situation zu tun. Es ist eine Krankheit. Und es ist sehr unhöflich, dass Sie das ansprechen. Ach, halt die Klappe! Mein Gott, halt einfach die Klappe! Und her mit dem Schlüssel! Ich fange gerade erst an. Also, ich glaube, da sind keine Schlüssel in meinem Inventar. Oh, warte mal. Jetzt kapiere ich. Das ist also der Teil, wo ich den Schlüssel finden muss, um weiterzukommen und... Du hast den verdammten Schlüssel verloren? Ich hab dir gesagt, du sollst ihn mit deinem Leben verteidigen! Und das hab ich. Ich schwör's bei den üppigen Kurven von Superzuckerschnecke. Wie kannst du es nur wagen, Ihren Namen auszusprechen, du mieses, schamloses Schwein! Oh, das war nun wirklich zu viel, Mr. Emerson. Ich könnte ein Diktiergerät bei mir haben und Sie jetzt verklagen, das wissen Sie, ja? Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, so eins hab ich auch nicht im Inventar. Du hast es gewagt, meinen wertvollsten Besitz zu entweilen! Oh, kommen Sie schon. All das wegen eines blöden Schlüssels? War der aus Platin oder was? Im Ernst? War der aus Platin? Wenn das der Fall ist, müssen wir ihn finden. Vergiss den verdammten Schlüssel, Hyks! Ich rede über etwas, das ich in meinem Safe aufbewahre! Sie meinen die Karten von Scab Island? Meinen Sie den Drohbrief an Ihre Ex? Oh, Sie reden von Ihrem Toupet? Oh, Sie reden von Ihrem Toupet? Ich rede von der ersten Ausgabe des offiziellen Wonder Comics Katalog, veröffentlicht 1972 mit Superzuckerschnecke. Und sie trägt all ihre klassischen Outfits. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist das Cover. Und das ist voller Ölflecken und riecht nach Tupet! Sehen Sie, da klingelt doch was. Mal ehrlich, Mr. Emerson, was soll ich jetzt machen? Noch ein Witz über mein Inventar? Wie ich schon in meiner Bewerbung andeutete, bin ich ein ehrgeiziger Mann und ich erreiche immer mein Ziel. Ein liebenswerter Schurke, wenn Sie so wollen. Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir. Und ich brauche da einfach etwas, in das ich mein Sandwich einwickeln konnte. Sie können wohl kaum leugnen, dass meine bedingungslose Ehrlichkeit eine weitere Tugend ist, die sich gut in meinem Lebenslauf macht, oder? Tja, dann fang schon mal an, diese Kritzelei, die du Lebenslauf nennst, auf den neuesten Stand zu bringen, X. Du bist gefeuert! Was? Sie meinen... einfach so? Was hab ich denn getan? Raus hier! Wow, wow, mal langsam. Sie könnten mir ja wenigstens etwas Kompensation anbieten, oder? Ich will meine Abfindung. Du hast mich eine Menge Geld gekostet, X. Da hätten wir die Schlüsseldienstrechnung, die neuen Schlösser, all die Dinge, die du geklaut hast, inklusive eines PCs. Ich hab Ihnen doch gesagt, den brauch ich, um meinen Blog zu updaten. Und das macht man ja wohl nicht auf der Arbeit. Ich bin noch nicht fertig! Stifte, Taschenrechner, der Schlüssel zum Büro, den mein Vater mir auf dem Sterbebett überlassen hat! Ich wusste, der hat einen sentimentalen Wert. Sehen Sie? Ich passe auf. Das war noch nicht alles! Äh, das war mir auch klar. Klopapier! Tintenpatronen! Glühbirnen! Warum zur Hölle klaust du Glühbirnen? Mr. Emerson, erlauben Sie mir, Ihnen eine Frage zu stellen. Hatten Sie jemals den Eindruck, ein gestörter Irrer kontrolliert Sie? Also, ich schon. Also brauchte ich Glühbirnen, um... Das ist mir scheißegal! Du bist völlig außer Kontrolle! Und meinen Katalog zu ruinieren, war das i-Tüpfelchen, das das fast zum Überlaufen gebracht hat. Okay, schön. Versuchen Sie halt, ohne mich klarzukommen. Du bist ja immer noch hier. Sie wollen mich also wirklich nicht bezahlen. Ich warte eine Entschuldigung. Was? Darf ich nicht mal hier stehen? Um mich um meinen Kram zu kümmern? Was, wenn ich etwas geliefert haben möchte? Ich erwarte eine Entschuldigung. Ich erwarte eine Entschuldigung. Weißt du was, Higgs? Ich war nie in Vietnam. Aber ich war bei der Schlacht um Mogadischu. Und glaub mir, ich hab einiges gesehen. Was für ein Zufall. Dasselbe Wochenende habe ich damit verbracht, alle möglichen Sachen in einem Videospiel zu erschießen. Sehen Sie? Wir haben was gemeinsam. Ich denke gerade ernsthaft darüber nach, dir einfach das Herz rauszureißen, es in ein Paket zu stopfen und deiner Mutter zu schicken. Boah, das war's. Ich kündige. Unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Das wird mir hier einfach zu feindselig. Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Okay, okay. Ganz ruhig, mein Großer. Okay. Soviel zu unserem Job. Wir haben hier theoretisch wieder einige Sachen zum angucken. Päckchen, die ausgeliefert werden sollen. Schätze ich mal. Ich nehm doch nicht die Päckchen weg. Wer weiß, was da drin ist. Das ist nicht eigentlich ein Grund, umso mehr? Das kann ich nicht einfach so nehmen. Der Rechner ist leider nichts. Der gute alte Mr. Emerson. Immer mit einem lächelnden Gesicht. Wasserspender. Kein Durst. Hm. Ein Wasserspender. So viele erfrischende Erinnerungen. Poster. Und noch mehr Poster. Ja. Ich nehm die Poster nicht mit, klar? Jene, möchte ich das bei den anderen gar nicht erst versuchen. Wilson! Ah, die legendäre Super-Zuckerschnecke. Held in einer ganzen Generation feuchter Teenager-Träume. Tatsächlich habe ich nie einen ihrer Comics gelesen, aber ihr Unterwäschekatalog war natürlich... Hm. Zum Brot einwickeln. Okay, und damit sind wir hier durch. Ich könnte jetzt hier irgendwie noch versuchen, an dieses Paket zu kommen, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht. Vielleicht hier, damit. Das gebe ich nicht weg. Okay. Meine, es waren immerhin die Sachen... Ja, okay. Also ich denke, wir haben aktuell nichts, was wir ihnen geben könnten. Oder ihn irgendwie ablenken könnten. Also gehen wir wieder. Oh, großartig. Einfach großartig. Wie zur Hölle soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Ich muss einen Weg finden, um an Kohle zu kommen. Gottverdammt, Phil! Was sollte das? Die kann man nur so nachtragend sein. Ein paar Teile sind nicht da, wo sie hingehören. Ein paar bekommen, immerhin. Ein schönes Radio. Komplett zerdroschen. Das sah aber auch schon vorher nicht aus, wie schön. So, ich gehe mal einfach rein, um zu gucken, was jetzt passiert. Hey, Mr. Emerson. Ich glaube, wir sollten uns nochmal über diesen Radiovorfall unterhalten. War es wirklich nötig, mir das Ding an den Kopf... Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Ist ja gut, ist ja gut. Kein Stress. Okay. Also er hat jetzt nicht irgendwie das Päckchen geworfen oder ähnliches. Das war einfach etwas, was wir nicht sehen konnten. Okay. Wir könnten in die Kanalisation. Wenn da nicht so ein kleines Loch oben drin wäre, wäre es unmöglich, den Gullideckel hochzuheben. Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen lauern. Killer-Krokodile, mutierte Schildkröten. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. So wie du das sagst, wir haben es vermutlich demnächst erfahren. Okay, gehen wir hier wieder rein. Und probieren es einfach mal erneut. Sieht nach Verkaufsunterlagen aus. Die kann ich nicht einfach nehmen, da wird mehr sauer. Und mir ist gerade nicht nach einer Abreibung. Ich habe keinen Job mehr. Guten Morgen. Schön für dich. Aloha. Was könnte ich verfänden, um genug für die Miete zusammenzubekommen? Ich brauche eine echte Menge Geld. Ich weiß, das geht mich nichts an, aber meinst du nicht, der Typ da könnte ein Verbrecher sein? Ich weiß, das geht mich nichts an, aber meinst du nicht, der Typ da könnte ein Verbrecher sein? Das hoffe ich doch. Aber meinst du nicht, der gehört eher zu den Leuten, die was klauen? Kann schon sein. Aber er ist mein bester Zulieferer. Mel, das hier habe ich gerade im Keller meiner Oma gefunden. Das hat großen nostalgischen Wert. Wow. Dieser Keller ist eine echte Goldmine. Hab schon genau sowas. Aber dafür hast du dir trotzdem ein nettes Bündel verdient. Siehst du? Ich liebe den Kerl. Ähm, ja. Was könnte ich verpfänden, um genug für die Miete zusammenzubekommen? Ich brauche echt eine Menge Geld. Was hast du denn? Naja. Das ist ein echtes Zickes für die U-Bahn. Damit kann man ungehindert durch die ganze Stadt fahren. Ein Teleskop-Entenbügel. Den habe ich selber gemacht. Ein paar Seiten aus dem offiziellen Wanda-Comics-Adalog von 1972. Inklusive Bilder von Super-Zuckerschnecke in ihren klassischen knappen Kostümen. Mit nur ganz wenig Öl und Tunfischflecken. Dieses unglaubliche Polizisten-Figur. Diese tolle Kunstlederbrieftasche, die kein bisschen nach Nasshund riecht. Ich will den ersten machen. Das ist ein echtes Ticket für die U-Bahn. Damit kann man ungehindert durch die ganze Stadt fahren. Ist das dein Ernst? Natürlich! Brauche ich nicht. Sag mal bitte nicht, dass ich jetzt jedes Ding hier durchklicken muss, bevor wir zu dem verdammten Ring kommen. Ein Teleskop-Entenbügel. Den habe ich selber gemacht. Ist der aus Holz? Ich habe eine Menge Edelstahlbügel auch selber gemacht. Ein paar Seiten aus dem offiziellen Wanda-Comics-Katalog von 1972. Inklusive Bildern von Super-Zuckerschnecke. In ihren klassischen knappen Kostümen. Mit nur ganz wenig Öl und Tunfischflecken. Ich glaube, in dem Zustand sind die nichts wert. Diese unglaubliche Polizistenfigur. Ist jetzt nicht gerade Captain Red oder sowas? Diese tolle Kunstlederbrieftasche, die kein bisschen nach Nasshund riecht. Ja, das rieche ich von hier. Kein Interesse. Dieser Ring allerdings. Hey, langsam. Kann mich nicht darin erinnern, die erlaubt zu haben, in meinen Sachen rumzuschnüffeln. Ganz ruhig, Kleiner. Das kommt so mit dem Job. Naja, der Ring gehört nicht so richtig mir. Ich würde mich nicht wohlfühlen, den zu verkaufen, weil... Nur zum Verständnis. Das ist das einzige von Wert, was du hast. Und du willst es nicht verkaufen. Ja, naja, es ist nur... Weißt du, ich glaube, ich behalte ihn besser. Okay, also. Ich glaube, hier bin ich durch. Danke trotzdem. Warte mal, Junge. Geh nicht einfach so weg. Sieh doch einfach mal bei dir zu Hause nach. Vielleicht hast du ja irgendwelchen nutzlosen Schrott, der mich interessiert. Sieht so aus, als könntest du das Geld echt brauchen. Scheint, als ob ich das mit der Mimik endlich besser hinbekomme. Ich finde schon etwas Schrott für dich. Werd's auf jeden Fall probieren. Interessant. Wir verkaufen tatsächlich nicht den Ring. Wo denn jetzt wieder die Frage kommt... Ähm... Was verkaufen wir? Denn ich will jetzt eigentlich nicht sofort wieder zurücklaufen müssen. Und sonst ist hier irgendwas für Interesse. Ja, okay, hier sind ja irgendwelche Graffelzeug, wie es im Entweder-Spiel schon selbst sagt. Bin mal so frei und geh das nicht durch. Dann sitzen wir bis übermorgen. Extra süßes Kaugummi. Das steckt wohl in diesen Kapseln. You know what? Wir haben kein Geld mehr. Verdammt. Wir haben unser Geld dafür eingetauscht. Ah, wir können von hier aus dann wieder hin- und herspringen. Ja, dann gehen wir heute wieder zurück. Okay, wir sind wieder hier. Ähm... In meinem Revier. Können wir wieder hoch? Verdammt. Der alte Marconi ist immer noch da. Ich muss einen Weg finden, mich vorbeizuschleichen. Okay, also so kommen wir da nicht rein. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Okay, kein Aber, sondern einfach ist jetzt so. Okay. Hier ist weiterhin kein Feier, um reinzugehen. Also ist vermutlich weiterhin zu. Kann uns der Idiot irgendwie helfen? Wenn man ganz kurz zur Freien macht. Leertast. Einfach um zu sehen. Ein stinkiger Müllcontainer. Da fasse ich bestimmt nichts an. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Soll ich die jetzt reparieren oder was? Hat wäre ein Anfang. Wir haben immerhin so ein paar Sachen. Ein bisschen MacGyver-Like einfach da rum, schnippe, schnabbel, bubbeln. Wir haben gesagt ein paar Sachen. Und schon würde es eventuell funktionieren. Das macht keinen Sinn. Ich will nicht wieder mit dem Penner reden. Aber vielleicht kann der uns tatsächlich helfen. Ich glaube, das war genug Second-Hand-Philosophie für einen Tag. Hm, okay. Hierher. Beifuß. Kommt zur Herrchen. Geh, der hört weiterhin auch nicht zu. Vielleicht können wir den irgendwie mit Essen irgendwie locken. Das behalte ich lieber. Alles klar. Aber hier hinten ist nichts los. Ich gehe mal davon aus, dass es in Mülleimer wühlen insgesamt abgelehnt wird. Denn er hat beim letzten Mal gesagt gehabt, dass er das nicht mehr tut. Dann gucken wir uns nochmal ganz kurz hier um. Oder wir gehen vielleicht in die Bank. Sicher, sicher. Ich verstehe. Verzeihung, Sir. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, in den Arsch schieben? Aufgelegt. Hey, wie geht's, Kumpel? Ich bin Randall. Hallo, Randall. Warum so ein langes Gesicht? Machst du dich über mich lustig? Aber klar. Hast du dich mal angesehen? Ich bin ein Wondermatic-Vertreter und das hier ist der schlimmste Tag meines Lebens. Deswegen geht's mir so dreckig. Zufrieden? Jetzt und für immer. Keine Verkäufe für dich, hm? Naja, hab meine Uhr verkauft, um die Stromrechnung zahlen zu können. Diese Uhr hat meinem Großvater gehört, den sie über Hanoi abgeschossen haben. Captain Coons musste sie in seinem Arsch verstecken und... Ja, 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 ja. Sehr tragisch. Reden wir doch lieber über Hundewelpen. Ich liebe. Welpen? Ja, meine kleine Susie möchte schon lange einen Welpen haben. Und ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Ich kann ja nicht mal mehr die Hypothek abbezahlen. Okay, irgendwie macht mich gerade sogar das Reden über Welpen traurig. Und ich weigere mich, über Ponys zu sprechen. Also, was genau ist dein Problem? Das Problem ist, dass ich der schlechteste Vertreter bin, den Wondermatic Industries jemals hatte. Es ist schon zwei Monate her, dass ich das letzte Mal was verkauft habe. Ich kann nicht mal die billigsten Sachen an den Mann bringen. Ich bin so ein Versager. Ach, Kopf hoch. Weißt du, was du machen solltest? Entweder du kotzt dich aus oder du nimmst mal dein Gesicht aus dem Eimer. Was du nicht machen solltest, ist einfach nur rumsitzen und jammern. So einfach ist das aber nicht. Wenn ich doch nur irgendeinen reichen Trottel auftreiben könnte, um ihm das komplette Deluxe-Set anzudrehen, wären alle meine Probleme gelöst. Zumindest erst mal. Alter, ich würde dir gerne helfen, aber mein letztes Essen war ein sieben Tage alte Pizza. Wenn du nach jemanden mit viel Kohle und wenig im Kopf suchst, dann nimm meinen Feuermieter. Er heißt, äh, es heißt, er sitzt buchstäblich auf Bergen von Geld. Warum suchst du den nicht einfach mal einen anderen Job? Tja, so wie es aussieht, kann ich dir nicht helfen, Kumpel. Viel Glück mit der Hypothek. Wenn du nach jemandem mit viel Kohle und wenig im Kopf suchst, dann nimm meinen Vermieter. Das heißt, er sitzt buchstäblich auf Bergen von Geld. Echt? Ja, aber es heißt auch, dass die Morlocks eine großoffensive planen. Also nimm's nicht zu wörtlich. Aber ist dein Vermieter leichtgläubig? Naja, ich schulde ihm die Miete für drei Monate und er hat mich immer noch nicht rausgeworfen. Aber das könnte auch an seinem Vaterkomplex liegen. Pff, weiß ich also nicht so richtig. Das könnte was werden. Meine letzte Chance. Kannst du mir seine Nummer geben? Klar, könnte ich, aber pass auf. Der Alte ist mies drauf. Selbst seine Haare in den Schultern sind wütend auf dich, wenn du was Falsches sagst. Äh, egal. Ich muss es versuchen. Hm, ist ja deine Beerdigung. Die Nummer ist 555-1013. Oh, und ruf nicht bei Vollmond an. Das könnte echt schief gehen. Ich ruf ihn jetzt gleich an. Hallo? Guten Morgen, Sir. Haben Sie eine Minute Zeit? Ich würde gerne mit Ihnen über die Vorzüge unserer Wand... Besorg dir einen vernünftigen Job, Drecksack. Ich hab's wieder verbockt. Was hab ich mir nur dabei gedacht? Ach komm schon, nicht aufgeben. Versuch's nochmal. Ich hab's dir gesagt. Er ist ein ungehobeter, streitsüchtiger, alter Mann. Komm, lass mich mal. Komm schon, nicht aufgeben. Versuch's nochmal. Warum? Er hat sehr deutlich gemacht, dass er kein Interesse hat. So läuft das also bei Wondermatic, ja? Nur weil jemand dich einen Drecksack nennt, glaubst du, er hat kein Interesse? Du kannst doch nicht einfach bei der ersten Hürde aufgeben. Na gut, ich werd's nochmal versuchen. Hallo? Guten Morgen, Sir. Ich glaube, es gab da eben ein Problem mit der Leitung als... Siehst du, er hat recht. Ich bin ein wertloser Drecksack. Ich hab's dir ja gesagt. Ich hab's dir ja gesagt. Er ist ein ungehobelter, streitsüchtiger, alter Mann. Du sagtest doch, er sei leicht zu manipulieren. Aber ich schaff's nicht mal, ihn für zwei Sekunden am Telefon zu behalten. So kann ich nie etwas verkaufen. Ich weiß, wie du dich fühlst, Alter. Mit mir redet er auch nur, wenn er mich bedrohen oder beleidigen will. Genau wie mein Boss. Und meine Frau. Sogar meine Kinder. Komm, lass mich mal. Im Ernst? Ich meine es immer ernst. Außer wenn ich Typen finde, die ich ausnutzen kann. Dann muss ich einfach lügen. Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Oh komm, gib mir dein Handy. Du hast nichts zu verlieren. Auch wieder wahr. Hier, tob dich aus. Showtime. Hallo? Guten Morgen, Sir. Waren Sie am Kauf eines brandneuen Sets Wondermatic-Produkte interessiert? Hallo, Mr. Macaroni. Wären Sie daran interessiert, einen Haufen Müll zu kaufen, der mit veralterter Technik produziert wurde? Ist es wahr, dass Sie Ihre ganze Familie verspeist haben? Sind Sie immer noch im Flur und warten auf mich? Guten Morgen, Sir. Wären Sie am Kauf eines brandneuen Sets Wondermatic-Produkte interessiert? Nein. Hm, gewohnt empathisch. Das dachte ich mir. Okay. Und nun? I don't know. Ich glaube, das kriege ich besser hin. Kann ich nochmal? Klar. Ich habe nichts zu verlieren. Showtime. Sind Sie immer noch im Flur und warten auf mich? Higgs? Bist du das? Jep. Hier ist Higgs. Ich habe mich aus dem Apartment geschlichen und ich habe Ihr Geld noch immer nicht. Na? Was sagen Sie jetzt? Ist das so? Dann sage ich, ich kenne nicht jemanden, der heute Nacht auf der Straße schläft von Ende. Ach, kommen Sie, Mr. Marconi. Ich hatte gehofft, mittlerweile hätten Sie mir vergeben. Ich meine, ich appelliere hier an Ihren Anstand. Aber daran gemessen, wie Sie sich anziehen, haben Sie sowas ja nicht. Du verdammter Bastard. Findest du das etwa lustig ist? Dann haben wir viel Glück heute Nacht, ein Dach über den Kopf zu finden. Ich könnte dasselbe über Ihren Bierbauch sagen. Tatsächlich habe ich das gerade getan. Glaubst du wirklich, du kommst mit dieser Einstellung weiter? Du wiegst mich an, Higgs. Du wiegst mich an. Du bist nichts weiter als ein abstoßender Wurm, der auf dem Boden um die Erde kriegt, um Leute zum Nerven zu tun. Du kümmerst dich nie um die Dinge, die zählen. Ich habe deine Scheiße so satt. Das war einer zu viel, hörst du? Er fällt dir so kräftig in den Arsch, dass du... Okay, also er redet gerade davon, mir in den Arsch zu treten. Das könnte noch eine Weile so weitergehen. In dem Sinne... Ja. Ich... was? Rede einfach ein bisschen mit ihm. Ist gar nicht so schwer. Aha. Ich verstehe. Aha. Ich verstehe. Sicher. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Abschaum wie du einfach verschwinden würde. Marc-Kohle glaubt, der redet gerade mit mir. Du hältst dich für so lustig. Sag doch mal ein Schwein. Aber weißt du was, Higgs? Dieses Mal hast du es wirklich... Okay, und damit sind wir wieder daheim. Juhu. Von unserer letzten Halloween-Party. Es hilft sicher nicht, sich grün anz... Okay, das könnte jetzt also interessant werden. Also wirklich viel zur Auswahl haben wir hier nicht. Nichts Nützliches. Gucken wir mal die ursprünglichen Sachen durch, die wir schon mal angeguckt haben. Jetzt gerade nicht. Hättest ja gucken können, ob sich dahinter irgendwas versteckt. Da gehe ich nicht näher ran. Könnte mich ja irgendwas angreifen. Nicht genug Platz für den ganzen Müll. Hier ist auch nix. Und hier war von Anfang an nichts. Also... Ich gehe mal so ein bisschen davon aus, dass entweder hier noch irgendwas ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Mist noch mal was anfangen kann. Okay, sehr schön. Nur eine Schachtel Krimskrams. Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich mit diesem... Mit dieser Schachtel Krimskrams im Endeffekt jetzt wieder komplett zurücklaufen darf. Und es sonst keinen anderen Grund gab, hier hinzugehen. Weil dann hätte ich das Zeug ganz gerne von Anfang an mitgenommen. Wenn alles andere... Bin doch nicht irre. Die habe ich nur noch... Okay, also da will er mit auch nichts anfangen. Okay, dann bewege ich mich einfach mal wieder zurück. Wirklich? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hast du das gesehen? Ich habe ihm das Basisset verkauft, das Deluxe-Set und sogar das Classic-Set. Das letzte ist vollkommen nutzlos. Das muss gefeiert werden. Ein anderes Mal, Kumpel. Ich habe noch was zu erledigen. Damit meine ich was Wichtigeres. Lass mich dir wenigstens etwas geben. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn es was umsonst gibt, habe ich immer Zeit. Obwohl... Ist es Gift? Wäre nicht das erste Mal, dass mir jemand Gift anbietet. Und wenn das so ist, dann... Will ich es eher nicht. Nein, doch kein Gift. Für was hältst du mich? Hier, vielleicht wird das nochmal nützlich. Okay, danke, Mann. Wir sehen uns. Ein Hammer. Ja, leider habe ich nicht gesehen gehabt, oder bitte mal ganz kurz gesehen gehabt, dass der Kollege Macaroni bereits mit ihm geredet hat über den Deal. Aber... Ich habe wirklich nicht gerechnet, dass das wirklich hier passiert. Ich dachte einfach, okay, das ist jetzt Geschichte und wir müssen einfach weiter Richtung Pfand laden. Ich meine, das müssen wir so oder so. Dementsprechend gucken wir einfach mal kurz. Okay, probieren wir es erneut. Sicher, dass du kein Ticket willst? Absolut. Bring mir einfach was von dem Trödel mit, über den wir geredet haben. Vorher brauchst du nicht wieder ankommen. Zeit ist Geld kleiner. Wir haben doch Trödel hier. Ja. Ich habe nicht gewonnen, als ich einen Kerl, sein Name war übrigens 8-Ball, in einem Pool-Match in Wisconsin geschlagen habe. Oh, der Typ war heftig, sage ich dir. Das war zweifelsfrei die extremste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Wie ein Schachspiel, das Tage dauert. Und du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass wir beide lebenslang aus Massachusetts verbannt wurden. Du sagtest, das Spiel war in Wisconsin. Es begann in Wisconsin, aber wir landeten am Ende in Massachusetts. Kannst dir ja vorstellen, was für unglaubliche Fähigkeiten das voraussetzt. Es gab Verrat, Schusswaffen, eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd auf einem Zug ohne Bremsen. Und in den letzten Sekunden des Spiels mussten wir eine Bombe auf dem Billardtisch entschärfen. Das ist echt was, woran man sich erinnert. Okay, Mann. Aber wenn du deine kleine Geschichte nicht mit etwas Papier belegen kannst, dann ist das einfach nur eine ganz normale Achterkugel. Well. Diese Konsole ist so gut wie neu. Fortgeschrittene koreanische Technologie. Großer erzieherischer Wert. Aber wenn man einen Fehler macht, kriegt man einen Stromschlag. Aber Vorsicht. Alle Fragen sind auf koreanisch. Nach meinem ersten Mal spielen sah ich für drei Tage aus, wie der Indianer aus einer flog übers Kuckucksnest. Aber glaub mir, diese Schocks geben einem einen guten Start in den Tag. Sogar besser als Kaffee. Wenn ich was für einen guten Start in den Tag brauche, dann trinke ich Mercury Cola. Jemals von Carrera gehört? Wenn das Streckenteil nicht zu Lewis und Clark gehört, brauchst du gar nicht weiterreden. Natürlich tut es das. Entdecker sein ist ein anstrengender Job. Hiermit haben sie gespielt, um die Eintönigkeit erträglich zu machen. Jee, falsch. Carrera war bis 1846 nicht mal entdeckt. Das war in den alten Aztekenruinen. Versuch's weiter, Kleiner. Das war's? Kein Ass mehr am Ärmel? Äh, hab ich schon das Ticket erwähnt, mit dem man durch die ganze Stadt fahren kann? Äh, sorry, aber das Einzige, das irgendwas wert ist, ist dieser Ring. Kannst du mir nicht was für die Lavalampe geben? Ich schätze, da könntest du schon was für kriegen. Und was ist mit der koreanischen Konsole? Dafür vielleicht ein bisschen? Vielleicht. Na dann, Problem gelöst. Etwas Kohle plus ein wenig Kohle ist gleich eine anständige Summe, oder? Es war's dran, Kleiner, aber denk mal drüber nach. Du sagtest, du brauchst ne Menge Geld und für den Ring kann ich dir mehr als ne Menge geben. Erzählst du mir gerade, dass ich mit diesem Schrott meine Zeit verschwendet hab? Siehste, du hast's gerade selber gesagt. Das ist Müll. Ich hab dir den Ball zugespielt, jetzt mach was draus. Verdammt Hicks! Ich will mein scheiß Geld! Und ich will es jetzt! Das ist zu krass! Ich kann den Ring nicht verkaufen. Was ist mit Matt? Er wär am Boden zerstört. Er wird es niemals erfahren, du Idiot! Er weiß nicht mal, dass du ihn geklaut hast! Nein, das ist nicht richtig. Hör mal zu, Freundchen! Du verkaufst jetzt besser den Drecksring und bezahlst deine Schulden! Oder ich schwöre bei Lucifer, ich mach dir das Leben zur Hölle! Komm schon, Randall. Hör nicht auf ihn. Du weißt genau, dass du mir das nicht antun kannst. Selbst du kennst Grenzen. Schnurze, du Weichei! Die Erwachsenen unterhalten sich und wenn du es wagst, zwischen mich und meine Kohle zu kommen, spieße ich dich auf wie ein verdammtes Fleischmännchen. Oh, Himmel! Der Bastard hat eine Mistgabe und alles, was sie mir mitgegeben haben, war diese Harfe. Ich verlange ein Flammenschwert. Jetzt beruhigt euch, es gibt keinen Grund zu streiten. Ich werde dich aufspießen und über kleiner Flamme rösten, du dreckige Marde. Verdammte Scheiße! Der Wichser meint es ernst, Randall. Verkauf schon den verfickten Ring, ist schon okay, hat mich eh nur ein Dorito gekostet. Gib dem Scheißbastard sein verficktes Geld und der ganze Scheiß hört auf! Dann mach ich's! Bist du einer von diesen Leuten, die bevor sie wichtige Entscheidungen treffen, müssen kleine Schulterteufel und Engel sehen? Bingo! Und ich mach genau das, was der Engel gesagt hat. Ich verkaufe den Ring. Mir passiert dasselbe, seit ich Mercury Cola trinke. Aber ich sehe keine Engel. Nur Teufel. Kreaturen aus der Hölle, die mir sagen, ich soll Leuten wehtun und Sachen verbrennen. Aber keine Sorge, Mann. Ich habe gelernt, sie zu ignorieren. Also zurück zum Geschäft, ja? Schön, dass du's dir überlegt hast, Junge. Hast du den Ring dabei? Hier, die Kiste kannst du auch behalten. Na, vielen Dank. Weißt du, es ist seltsam. Ich weiß nicht, was so besonders an dem Ring sein soll. Ich hab keine Ahnung, was er wirklich so wert ist, aber ich würde eine obszöne Summe Geld dafür zahlen. Dann los! Was hält dich auf? Bitteschön. Wow! Jederzeit, Alter! Wenn ich noch so einen finde, weiß ich, an wen ich mich wende. Es gibt nur einen Kleiner. Nur einen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob du nur mitten in einer Mercury-Cola-induzierten Halluzination bist. Ich werde einfach mal mit meinem riesigen Bündel Geld abhauen und, äh, naja, wir sehen uns. Okay? Ja. Etwas, was wir am Anfang des Teils machen wollten, haben wir jetzt zum Ende des Teils hinbekommen. Gut, und dann gucken wir mal, wie wir das beim nächsten Mal weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Oh, und bis dann. wie wir das bei dir haben. Untertitelung des ZDF, 2020